einen wunderschönen guten tag liebe freunde herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass ihr heute wieder hier seid ich hoffe euch geht's gut ich melde mich zurück aus einer dreitägigen youtube pause mit einem latest pickup video und weil das letzte so lange her ist gibt es heute ein ja ein etwas größeres latest pickups video ja wir haben drei jacken wir haben 246 paar schuhe zwei hosen kopfbedeckung und zwei taschen also aus jedem bereich ist etwas dabei deswegen würde ich sagen let's go an dieser stelle solltet ihr mir persönlich noch nicht auf instagram folgen dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen bei jd dort seht ihr vor youtube meine neuesten errungenschaften gestylt in outfit bildern random bildern random skate videos bildern von meinem opa was auch immer also schaut da gerne vorbei und vergesst doch nicht hier zu abonnieren gesundheit um direkt meine frisur zu zerstören fangen wir mit der kopfbedeckung an es ist kalt geworden es ist saukalt geworden dementsprechend muss ich ja boy auch irgendwie warm halten ich habe mir diese was ist das für eine art von mütze eine fliegermütze ist das eine fliegermütze kann sehr gut sein ich habe mir diese wunderschöne stetson winter mütze gekauft patchwork verschiedene fell besetze kunstleder und insgesamt einfach super geil warm halten innen drin mit diesem normalen stoff in lay kann entweder so geschlossen getragen werden so dass dann eben die ohren hoch stehen oder man öffnet das ganze und hat seine ohren wunderbar warm gehalten angezogen sieht das ganze so aus wenn man die haare aus dem gesicht macht so wie sich aus danke entweder so ich höre leider gar nicht was du sagst oder das ganze hier oben zu gebunden dann seht ihr so aus ich verlinke euch natürlich alles was ich online finden kann in der video beschreibung könnt ihr euch dann noch mal in ruhe anschauen nach shoppen auf eure wunschliste packen whatever fangen wir mit der ersten jacke an und das ist diese wunderbare innenjacke beziehungsweise umfunktionierte übergangsjacke von mesomere ein label aus marseille frankreich für die leute die es nicht wissen hier unter euch ja eigentlich mal sehr wahrscheinlich eine innenjacke von einer anderen jacke gewesen jetzt umgedreht und umfunktioniert worden um eben als eigene jacke bestehen zu können das care instructions label findet ihr jetzt auf der outside einfach heute mister international auf der außenseite findet ihr das care instruction label haben hier einen aufnäher ein a das markenlogo von mesomere aufgesetzte taschen und eine ja jetzt in diesem fall falschrum eben knopfleiste weil die jacke mal eine innenjacke war so dass man die knöpfe eben nicht sieht ja sehr interessant jacke habe ich auf der sneakerness in zürich gekauft jetzt vor kurzem die zweite jacke sollte euch hoffentlich schon bekannt sein die habe ich nämlich letztens bei bonkers in frankfurt gekauft solltet ihr das skate shop shopping vlog video noch nicht gesehen haben könnt ihr das jetzt gerne nachholen wir haben hier eine standardmäßige relativ langweilige kahrhard work in progress jacke mit der besonderheit dass sie mehr vintage geschnitten ist als moderne kahrhard jacken eben sie ist gepaddet innen drin also hält wirklich wunderbar und mit wunderbar meine ich sehr gut war ja haben einen kort kragen goldenen reißverschluss hier noch zwei schlitz taschen und ansonsten was haben wir noch eine innentasche hatte ich jetzt sehr oft an ich meine so einer schwarzen jacke macht man nie was falsch vor allem wenn sie auch noch gut warm hält dementsprechend an dieser stelle klare kaufempfehlung solltet ihr eine warme jacke suchen die nicht auffällig ist mit der ihr aber trotzdem immer gut angezogen seid die letzte jacke bzw ein mantel besser gesagt ist dieser wunderschöne creme orange braun schwarze mantel der karierte mantel aus der boss x russell athletics kollektion ein qualitativ sehr hochwertiger mantel mit einer wunderbaren länge eine wunderbare weite ein wunderschöner kragen und insgesamt eine sehr schöne farbgebung den hat eigentlich mein opa bekommen mein opa ist jetzt aber nicht mehr so stark im mantel game vertreten deswegen durfte ich ihn dann haben finde ich super gut das ist jetzt eine größe 48 hätte vielleicht etwas kleiner sein können also ich glaube mit einer 46 wäre ich auch gut ausgestattet gewesen die 48 macht das ganze eben noch mal ein bisschen mehr oversize und lockerer von daher es funktioniert machen wir weiter ganz ordnungsgemäß von oben nach unten mit hosen und da habe ich mir auch letztens eine fucking awesome hose gekauft hätte mir die wahrscheinlich nicht online bestellt wenn ich sie gesehen hätte in hand beziehungsweise im laden fand ich aber so geil eigentlich spricht alles dagegen dass ich mir diese hose hätte jemals kaufen sollen dürfen wollen whatever aber ich finde die irgendwie geil vor allem auf schwarze dog martens mit einer gelben naht sieht es super cool aus es ist keine richtige jogginghose es ist keine richtige chino es ist irgendwie so ein perfektes mittel ding das ist so ein perfektes mittel ding und deswegen ja für die entspannteren tage wenn es dann mal wieder wärmer wird oder auch im sommer von mir aus da wird die hose dann auf jeden fall ihren daseins ihre daseins berechtigung haben kommen wir zu trend vision oder trend vision wie es der deutsche mann sagt an dieser stelle gehen grüße raus an tu vielen vielen dank für die hose das ist diese bondage hose mit den wunderbaren bondage elementen schöner straight cut schnitt fühlt sich gut an und vom schnitt schmeichelt sie meinem körper wie ich finde auch was meine freundin dazu sagt ist an dieser stelle mal zweitrangig und eigentlich auch echt egal passt aber auf jeden fall auch zum nagellack farblich also von daher very nice weiter geht es mit sneaker und auch da habe ich mir in tatsächlich nicht in zürich sondern auf der sneaker-nest in amsterdam ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her dort habe ich mir ein paar nike amex 95 gekauft mit preisschild noch auf der solle obwohl ich die schon ein paar mal an hatte ok das hier sind die nike amex 95 aus dem animal pack 2018 müssten die noch mal raus gekommen sein also das ist nicht das og modell sondern die reissue verschiedene animal prints auf dem schuh diese ja fake animal haare fand ich schon immer das gelungenste nike amex 95 modell bzw der colorway besser gesagt finde die grünen schnur senkel da drin passen einfach irgendwie gar nicht aber trotzdem dadurch sehr geil super guter schuh den hatte ich jetzt auch schon echt oft an für meine verhältnisse und würde auch auf dieses outfit ganz wunderbar aussehen also sehr schöner schuh und da bin ich sehr froh einen relativ fairen preis für zahlen zu dürfen wir haben hier den new balance 990 in zusammenarbeit mit levis aus der müsste sogar noch die neueste zusammenarbeit jetzt gewesen sein da kam der 990 in dem blauen colorway und in einem grauen wir haben hier den die die toe box aus denen seitliche panels aus denen und ansonsten wunderbar hochwertiges schöner raus wild leder mit einer weißen mit soll cremefarbene schnürsenkel und auch das new balance n beziehungsweise auch das levi's logo ist cremefarben umrandet sehr sehr gelungene kollaboration bleiben uns noch zwei runner natürlich bin ich immer noch im skatebereich natürlich liebe ich immer noch meine nike dunks meine vans was auch immer aber runner haben jetzt wieder so ein kleines comeback erlebt und ich muss ganz ehrlich gestehen auch ich bin dem ganzen wieder ein bisschen zum opfer gefallen wir haben hier die sg kayano 14 in kollaboration mit lass mich nicht lügen angelo back ein sehr auffälliger ein sehr lauter schuh der zum einen sehr bequem ist zum anderen eine so geile farbkombination hat die ich so vorher noch nie gesehen habe also wir haben erstmal dieses grau silber schwarze mesh upper über den ganzen schuh wir haben silberne elemente wir haben hellblau so ein kein richtiges neongelb aber so ein grün gelb bronze und natürlich noch weiß mit ein bisschen orange auf der outsole ein sehr interessanter schuh super super schön und falls ihr den auch haben möchtet der müsste zum einen bei den meisten büten noch verfügbar sein und sehr wahrscheinlich mittlerweile auch im sale gelandet sein also auch hier sehr sehr geiler schuh funktioniert überraschenderweise auf sehr viele outfits auch wenn er so laut ist auch wenn er so bunt ist ich habe den jetzt auch schon mit farben getragen die gar nicht im schuh drin sind und es hat trotzdem irgendwie funktioniert also sehr gelungener schuh den ich gar nicht so wirklich auf dem schirm hatte und einen letzten runner haben wir da noch wir bewegen uns jetzt im high end im fashion bereich und zwar ist das der dior b30 sneaker neueste kollektion in dem schwarzen colorway mein opa hat den in beige was auch sehr 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 sexy und clean ist ich habe den schwarzen colorway sehr einfach kann man sehr gut kombinieren mit eigentlich jedem outfit hier trage ich eine 41 statt meiner normalen europäischen 42 also in designer sneaker in lederschuhen der art immer eine größe runter gehen auch der hier ist für ein designer schuh super bequem den kann ich auch wie andere runner von new balance oder nike Essex den ganzen tag anhaben ohne dass wir meine füße wehtun wir haben noch zwei paar schuhe bevor wir zu den taschen kommen ein paar davon sollte euch schon geläufig sein da habe ich ein video zu gemacht wenn ihr das noch nicht gesehen habt könnt ihr es euch jetzt gerne anschauen den bottega veneta quilted leather loafer in dem schwarzen colorway ein sehr fetter globiger chunky loafer von bottega veneta überall ausverkauft ja ein sehr eigenes design spaltet wahrscheinlich die meinungen ich finde ihn super geil hatte ihn jetzt auch schon super oft an denn auch wenn er sehr breit sehr klobig ist der schuh ist insgesamt sehr leicht und dementsprechend auch wirklich super angenehm zu tragen am fuß das einzige was ein bisschen ungewohnt ist bei so einer chunky oder beziehungsweise bei seiner breiten silhouette ist tatsächlich das auto fahren wenn es darum geht gas geben bremsen da bleibt man gerne mal an dem anderen pedal hängen weil ihr so eine breite fläche habt und das ist eine größe 41 also könnt ihr euch ja vorstellen wie das ist wenn man breitere füße hat und zu guter letzt haben wir hier ein paar cowboy stiefel und ja ich wollte die ganze zeit schon ein richtiges paar cowboy stiefel haben also hohe cowboy stiefel diese hier sind von sendra ist jetzt mein drittes paar stiefel von sendra wie gesagt jetzt zum ersten mal ein hoher cowboy boot fühlt sich auf jeden fall solange er neu und nicht eingelaufen ist sehr sehr ungewohnt an an der wade eben dieses ganze leder zu spüren vom design her relativ relativ farblich simpel gehalten wir haben schwarz und creme weiß mit diesen coolen leder details die sohle ist eine ich meine vier oder viereinhalb zentimeter hohe aber mit einem ja also schon schon stark geneigt mein tipp bei solchen schuhen die also so leder stiefel oder cowboy stiefel die nicht von designer marken sind geht damit eure normalen größer ich habe hier nur 42 ich habe ein paar sendras in 41 die passen zwar auch sind aber vor allem bei so spitzen stiefeln extrem eng hier vorne an den fußzehen dementsprechend bin ich jetzt auf den 42 gegangen passt perfekt und ja sehr sehr geiler schuh auf eine helle levis 501 auf eine schwarze jeans auf eigentlich alles kann man die heutzutage tragen und ist auf jeden fall ein ist schon ein hingucker ist schon geil also ist schon geil so und bevor wir das video jetzt beenden noch zwei taschen wir haben eine east pack tote bag in kollaboration mit margella beziehungsweise mm6 neueste kollektion eine sehr interessante tasche wir haben einen henkel wir haben eine tasche die ja so gesehen nur ein großes fach hat dass ihr auch nur erreicht wenn ihr die tasche so aufklappt also wenn sie zugeklappt ist keine chance aufgeklappt stiehlt sie zwar ein bisschen ab aber ihr habt eine sehr besondere tasche zum einkaufen gehen zum was auch immer ihr mit einer tote bag eben macht und qualitativ auch wie es eben für east pack auch normal ist hochwertig und sehr robust wir sind beim letzten piece angekommen und das ist neben natürlich all dem anderen stuff den ich euch eben gezeigt habe mein persönliches highlight ich war letztens in berlin lustigerweise bei einem dior event wurde danach mit meinen homies zusammen zu bottega veneta gelockt weil ich schuhe anprobieren wollte und ihr kennt es vielleicht wenn man ein bestimmtes piece anprobieren will dann kauft man am ende ein anderes etwas was man gar nicht auf dem schirm gehabt hat und das ist bei mir eine tasche gewesen ich habe das ganze so mir selbst rechtfertigen können dass mein geburtstag ansteht und ja ich ein geschenk für mich selbst brauchte wir haben hier die bottega veneta cassette bag in dem ja wunderschönen bottega grün an dieser stelle shoutout daniel lee der jetzt bottega verlässt wollte ich schon ewig haben nicht zwingend in dem colorway aber die cassette bag ist auch wie die saddle bag von influencern überrannt worden also ihr kommt nicht drum herum euch influencer auf instagram oder wo auch immer anzuschauen und dann eben diese tasche zu sehen nichtsdestotrotz auch das hier ist mittlerweile ein ein klassisches bottega design funktioniert wunderbar sie ist super leicht und ich dachte mir eine schwarze tasche habe ich schon habe ich schon genug und wenn schon bottega wenn schon so viel geld für eine tasche dann auch als hingucker das bottega grün super super geile tasche mit silberner hardware das heißt der verschluss der tasche ist silber und das bottega triangle hier als längen verstellbarer verschluss ist auch in silber gehalten passt natürlich zu mir weil mein schmuck grundsätzlich silber ist die tasche an sich ist ziemlich klein also ihr bekommt jetzt nicht zwingend viele sachen rein muss aber auch nicht sein also portemonnaie schlüssel handy so die dinge passen ohne probleme vielen vielen dank fürs zusehen ich hoffe ihr hattet eine schöne zeit dabei lasst mich gerne wissen was ihr euch in letzter zeit gekauft habt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bleibt gesund bleibt hoffentlich glücklich und vergesst nicht zu abonnieren danke fürs zusehen ciao